Ich will, dass du für mich einen Menschen umbringst. Dein Vater? Verdammt! Vielleicht ist es ja eine Berufskrankheit, ich weiß nicht, aber ich muss sagen, ich interessiere mich sehr für die Freunde meiner Tochter. Ich gehe wohl besser. Gut, gleich können wir spielen. Was ist das für Geld? Ein Bonus zum Gehalt? Wir wussten natürlich sofort, dass er ein guter Junge ist. Das sind Arschlöcher. Lass ihn bitte laufen. Wie soll ich ihn laufen lassen? Er ist ein Schweinehund. Jetzt schau auf! Glaub mir, das mit deinem Bein tut mir sehr leid, wirklich. Nein, Oberbette! Geestet ihr? Höchst? Nichts! Nichts! Die Brotherin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.